Ok, der hat den Musik ohnehin. Ich habe sogar inzwischen das Informationszentrum von Dänemark erobert. Oh, keine Ahnung. Nachher ist irgendwie alles hier so ein bisschen... Das passiert nur um mich herum, fickt euch. Ich könnte es wechseln, aber das Problem ist... Ja, keine Ahnung, ne? Ach, Mann, ey. Ich habe vier Provinzen mit... Vier, äh... Trostantisch und zwei mit Hussidisch. Oh, ein bisschen Nasstärke von Zeiss. Soll ich es riskieren? Aber ja, das Problem ist... Ach, komm, ey. Irgendwann verlieren sollte ich spielen, dann einfach mit einer Kolonialnation weiter. Sehen wir vielleicht mal über den USA. Aufsichtsweise mal. Na, hier ist doch zum Beispiel... Also, ich könnte hier mit Brasilien... Oder... Hier war hier Kuba... Ja, mal gucken, ey. Ich glaube, ich habe noch nie KI, äh, äh, USA gegriffen gesehen. Oh, Mann! Oh, Mann. Du, normales Überzeugung ist eins, kriege ich gleich. Das Problem ist auch, ich kann ja hier nichts mehr machen, ey. Die Oßmann werden sowieso gleich wieder, äh, äh, bis da recht den Krieg erklären. Ja, das war wohl jetzt, was will ich irgendwas los? dafür holt sich jetzt die große die große ordnung ja keine ahnung ist das so quatsch mit soße du bist eine großmacht immerhin ja aber trotzdem noch nicht von gegen spanien gesprungen das erste ok ja bitte sorry dass du sparen können deswegen ja die haben schon mehrere kolonien und alles die wissen halt dass sie die warte gefahren ist irgendwas funktioniert hier schon wieder nicht die u4 funktioniert nicht ich könnte dich preußen gründen aber wenn ich die religion wechsle aber preußen ist recht übermächtig wenn man spielen kann also ich kann das ja nicht spielen das man dritten steck auf wie juckt es mir in den fingern hier das bündnis mit österreich zu werden und über die scheiße haben sie doch nicht warum ja habe ich will nicht sagen aber spanien hat er also mit kein provins und so sachen bei dir ja wo die spanier fangen an hier die ureinwohner in mexiko abzuschlachten das sieht mich gerade irgendwie wenn ich jetzt waren in diese ihre kernprovinz zurückgeheben hast du mir nicht mit dem wagen auch den problem aber ich probiere es mal hier neben die und doch jetzt mögen sie mich auf einmal ja jetzt wo ich diese eine kernprovinz nicht mehr besitze überraschend das war den komischen dritten steck steck ausgehoben und steck gibt ja auch mal stecks aus wo der waffenstillstand ist mein stecken fährt wir können den polen wieder angreifen a26 hast du bock österreich hat einen waffenstillstand mit den osmanen bis 31 also haben wir dann genau fünf jahre wo nehme ich in fünf jahren der neuen verbündeten hat minglen bock ne ist nicht viel zu weit weg in moskau ist er leider nicht ein papst die ich dann so weinen ich hasse mich alle diese wachsen ja gut die es wird vermutlich auch daran liegen weil die hätte ich jetzt so schnell wechseln dürfen aber es ist eh quatsch mit soße dass die mich als rivalen haben ich bin so übermächtig weg wasch das ist aber interessant spanien ist jetzt mit österreich verbündet ok ja mit der größten großmacht also ich denke mal die osmanen werden jetzt sich jetzt ein bisschen zurückhaltend na gut ja andersrum ist ob die spanier wieder darüber kommen das ist doch mal der finio greift mal spanien an und und ja und Ah, so, alles gut, alles gut, alles total easy, ne, nicht wirklich. Ich muss langsam mal ein bisschen von der aggressiven Expansion hier drüber runterkommen. Diese ganzen kleinen Nationen, da kürzen sie mich an. Hoffentlich holen die sich jetzt Ägypten, die Osman. Weil ich mich erinnere, haben sie da eine Mission, wo sie hier dann Tunesien. Ja, die haben halt irgendwie auch alles da in Anspruch. Ja, die haben ja diesen Missionsbaum, wo die denn das... Osmanische Rom. Die haben ja zum Beispiel eine Mission, wo sie Rom erobern müssen. Ist aber erst ganz am Ende. Das Tom ist auch so ein bisschen komisch alles hier. Manage Sharing ist terminär. So, das brauchen wir mal 700 Euro haben. Okay, meine Armee ist größer wie sonst, wie jemals zuvor. Nur meine Manpower ist bei einem Drittel. Ein Schiff habe ich immer noch keine. Das ist schlimm, wie es hier läuft. Wieso scheiß Osmanen da nicht gekommen wäre, oder Österreich mal was mit mich unterstützt hätte, hätte ich den Kampf in Posner nicht verloren. Ja, hätte es vielleicht für den Weißen Frieden gereicht. Aber nee. Wie gern will ich jetzt hier den Weg machen. Ja, ich würde so gerne. Ich bin immer noch dänische Separatistin in Schleswig. Aber Schleswig ist doch deutsch. Das ist doch unsinnig. Das ist doch unsinnig. Das ist doch unsinnig. Das ist doch unsinnig. Ah, der Film ist wiederkommen. Das macht ihn, der Film wieder. Einfach mal in einem Multiplayer-Lobby-Gear ständig Pause machen. Das ist halt Leertaste-Spam. Du kannst zwar einpausen nach 30 Sekunden, aber kannst du wieder Neupause machen. Ja. Oder einfach irgendwas schweres auf die Leertaste stellen, dass es dauernd gedrückt wird. Ja, ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Schon fies, ne? Spanisch-Kolumbien. Spanisch-Kolumbien gibt es doch gar nicht. Spanisch-Kolumbien. Hat die ne Mal Kolonien in Nordamerika? Wie die Farbe sieht so ähnlich aus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die das noch haben. Die Farbe ist so ähnlich. Oder ist das England? Nee, das wird England sein. Ja, vielleicht auch eher schotten. Was? Moskau sieht mich nicht länger als Rivalen? Was ist da denn los? Oh. Oh, das ist interessant. Boah, jetzt muss ich versuchen. Jetzt versuche ich hier Vertrauen aufzubauen. Oder wie ich es dir als Bündnispartner reinkriegen würde, das wäre schon... Was ist das, was du meinst? Bitte? Beziehung verbessern jetzt in der SKA. Ja, also das... Sein gestinkender Papst. Das wäre schon Premium, ne? Ist noch nicht Russland, aber er kann ja noch wehren. Nochmal versuchen mit... Jetzt mit Moskau jetzt gegen Polen. Aber jetzt ist auch Schweden dabei. Ja, gut, aber... Wobei, möchte ich Moskau wirklich haben? Die erklären am Ende noch Polen in den Krieg und erwarten, dass ich ihnen helfe. Das wäre ja richtig. Ah, vielleicht lieber nicht. Ja, gut, aber wenn wir Moskau im Bündnis hätten, dann könnte man ja theoretisch Österreich reinziehen wieder. Aber 50 plus, wo kriege ich das denn her? Hm, ne, gut. Hm, wo muss da sein? Ja, lol. Ist das, bei dir da oben wird keine einzige Provinz konvertiert, aber bei mir, oder was? Was? Protestantisch. Was ist denn hier los? Was soll das? Hä? Die Religion noch dummischer Rom. Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist... Ja. Rom. Rom ist die neue protestantische Hochbrüche. Das überfordert mich hier langsam alles. Ich habe noch nichts... Ich habe die zwei erobert. Die eine hat durch ein Event von Hoseidisch zu protestantisch gewechselt und die andere habe ich durch ein anderes Event bekommen. Das ist alles, was ich habe. Und in meinem Land gibt es sogar ein Zentrum inzwischen, das ich erobert habe. Klingt doch logisch. Was ist das denn Unsinn? Klingt doch alles logisch. Ach, ich mag nicht mehr. Das ist doch alles kacke hier. Ich habe immer noch Kriegsmöglichkeiten. Vielleicht, wenn ich den Hoseiden-Lächer bekehre, inzwischen kostet das gar nicht mehr so viel. Ja, mach mal. Dauert noch 22 Monate. Oh, das Rekruten ist aber aufladen. Motskow hat Rivalen Polen und Osman. Das ist genau so ein bisschen wie ein Desaster am Ende. Das ist genau so ein bisschen wie ein Desaster am Ende. Ich muss doch endlich mal die Mission hier beenden. Wunderbar. Das würde nicht reichen. Kann ich hier eher schließen? Ich habe auch keinen Bock zu. Sollte ich die Legion nicht wechseln? Sollte ich die Legion nicht wechseln? Das würde mich killen. Und ich kann Prag immer noch nicht konvertieren. Das ist auch kacke. 1. 2. 2. 3. Es ist egal. Es ist auch egal. Warum sich das auf alles so komisch aufgespielt hat?